Ja, okay, ich glaube, Anno mag nicht mehr. Dann spiele ich noch ein bisschen Element Cup. Ich habe noch ein paar Sets übrig. Da sind noch Geburtstagsgrüße von jemanden. Ah ja, weil, ähm, dass mein Freundeskreis jemand Geburtstag hat. Hm, ich könnte eigentlich auch mal wieder Kartoffeln stampfen. Ich mische gerne Karotten in das Kartoffelstampf dazu. Das macht das Ganze noch so schön bunt und dann als Beilage irgendwo dazu. Schmeckt auch ganz lecker. Leider haben wir jetzt kein... Naja, wir müssen erst wieder neue Kartoffeln kaufen. Ich habe die vorhin aufgebraucht. Felinolid. Okay, da wird mir ein bisschen wehtun. Weil mich das Wasser nicht vor dem Schlamm schützt. Das Felino ist wahrscheinlich gegen die Lampi. Oh, war das ein Gleichstand? Ich glaube, ja. Ja, ich sag ja. Wasser schützt mich nicht vor dem Schlamm. Nein. Sag nicht, das ist schon wieder eine. Ja, das ist eine. Du hast die so schnell die nächste. Das ist ja Wahnsinn. Ich hatte früher ein Pikulente tauschen müssen. Nicht Ruckelnspiel, bitte. Oh, wie süß. Ein Plinfa. Aber zwei Wasserpogmonen, das tut meinem Ding nicht gut. Ich brauche meine Ente noch. Nimm den Schild an, bitte. Ich brauche meine Ente noch. Wegen dem Felino. Der ist Felino. Oder sie macht mein Schneckback ja platt. Ich habe jetzt keinen Überblick über deinen Timer. Nein. Ja gut, wenn du nur Schlammbombe hast, überlebe ich das. Wenn du nicht noch eine andere Attacke hast. Okay. Dann. Okay. Ich hätte gern noch dein drittes Pokémon gesehen. Aber wenn du nicht möchtest, dass ich das tue. Vielleicht war es ja auch ein Feuer-Pokémon. Und deswegen aufgegeben. Oder eine Pflanze, weil ich hatte das nächste Eroass voll. Gleich. Kann auch sein. Du hast gesehen, dass ich Ding habe. Okay, aber wenn das Felino nicht nur Schlammbombe, sondern was anderes gehabt hätte, wäre das für dich vielleicht besser gelaufen. Aber wenn man es halt nicht investieren will. Charmball. Da kommt die Pikulente. War das Flügelschlag? Bin mir nicht ganz sicher. Ja, blubstrahl mich. Eroass. Okay, wie du meinst. Wie du meinst. Nein. Ah, ich hatte die Energie. Aber meine Attacke hat länger gebraucht als... Ja. Du willst mich fortschamen. Du willst mich fortschamen, weil ich dafür kein Schild benutzen kann. Kann er sein. Ich befürchte allerdings, deine Ente hat genug Energie. Und du hast noch ein volles Pokémon. Feuer. Okay, das ist Volpex. Überlebe ich nicht. Selbst mit Schild. Ah, wenn ich dir eine Attacke noch durchbekommen hätte und dir den einen Schild früher geklaut hätte. Aber ich war eine Millisekunde zu langsam. War dadurch... Habe ich mich selber... Im Lebensschuss geblockt... Ähm... Festgesetzt. Ich habe das manchmal, dass ich leicht panisch werde, wenn ich sehe, die Energie ist da. Gleich. Und will es aktivieren, aber ich tippe zu früh drauf, dadurch wird nochmal eine Sofortattacke ausgelöst. Die hat dann ein paar halbe Sekunden länger dauert, als das Aktivieren der Ladeattacke, wenn ich darauf gewartet hätte. Fleckmon. Mit... Konfusion. Okay. Konfusion lädt schneller. Tut aber auch mir weh. Nein, nicht ruckeln. Kann ich es bei Konfusion riskieren? Ich werde es nicht. Ja. Ich habe leider nichts, was der Psycho-Attacke resistiert. Und da ist schon der Zweite. Naja, ich nehme es mal hin. Und fahnd an. Es ist irgendwas mit Pflanze. Pflanze Gift. Was bist du, Visa? Oh, Visa. Ein fast totes Visa. Zack. Ja, haha. Okay. Feuer gegen Feuer. Allerdings ist Schneck-Mack... Äh, du hattest noch ein Schild, aber gut. Schneck-Mack, noch nicht Stein, sondern erst mal Cargo. Das heißt, ich habe nicht so viele Resistenzen. Also, mit irgendwelchen Normal-Attacken oder sowas, kannst du mich auch tot machen. Aber du wolltest nicht chillen. Auch gut. Welches Team? Ich bin, meinst, ingame? Ich bin Team, äh, Weisheit. Also Team Blau. Bei Blau, meine Lieblings-Farbe ist. Also danach habe ich es damals ausgesucht. Bitte nicht ruckeln, Spiel. Warum wohl? Hallo, benutzt die... Ich habe es doch schon angetippt. Ai, 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 manchmal. Okay, hat geklappt. Ich habe aber eine Aquaknarre gesehen, wenn ich mich nicht vertan habe. Da wäre Pitora eher keine gute Idee. Kugelsaat? Energieball? Geht auch. Au. Energieball tut weh. Kugelsaat hätte nicht so weh getan. Nein, Quatsch, Kugelsaat ist die Ding. Ich meine, äh, Samenbomben. So. Ich meinte Samenbomben. Ups, damit bist du weg. Pitora ist noch frisch. Allerdings nicht mehr lange. Mit den ganzen Charmen ist Pitora das nicht mehr lange. Hallo, bitte benutzen. Ich habe es angetippt. Die Lerks in dem Spiel sind manchmal... Und sie wollen E-Sport machen, ja? Wenn es jetzt nicht irgendwas ist, was meinem Lebensschuss resistiert... Und mir sehr schnell Autschi macht. Oh nein. Ah, Doppel-K-O. So geht's auch. Au. Ich hatte eher mit Samenbomben statt Energieball gerechnet. Samenbomben machen weniger Schaden. Den Energieball hätte ich schilden müssen. Den Energieball... Der war Autschi. Weil Wasser schwach gegen Pflanze und Flug resistent gegen Pflanze, das pendelt es auf neutral ein. Bikulente. Hallo, Kleinente. Ich habe jetzt erstmal ein Kreuzhüpfohl. Das ist aber trotzdem ein Blubstrahl. Okay. Man kann auch Pikulente gegen Pikulente spielen. Hätte ich auch kein Problem mit. Ah. Ich war nah dran. Nah dran. Ist es ein Gleichstand? Ich habe es angetippt. Sturzflug. Du bist raus. Auch gut. Dann komm mit Wulpix. Wulpix kriegt jetzt diese Attacke ab. Und kann mir jetzt helfen, dieses Schneckmark aufzuladen. Da du keine Schilde mehr hast. Boink. Ich allerdings auch nicht mehr. Okay, das wird interessant. Psycho-Schock überlebe ich knapp. Also es ist eine Psychogenese, die einen höheren Schaden macht. Psycho-Schock hätte ich vielleicht noch mit so ein paar Millimetern überlebt. Aber nicht die Psychogenese. Das war schlau. Das Set lief jetzt nicht so gut. Keine Ding-Belohnung. Und die Ruckler werden gerade wieder sehr lästig. Dann noch einmal ein bisschen schlotter. Vielen Dank.